Lust im Krieg mit zu mischen? Monuments, man. Ich soll ein Team zusammenstellen und versuchen, Gebäude, Brücken und Kunstwerke zu schützen, bevor die Nazis alles zerstören. Wie viele Männer? Sechs. Grundgütiger. Na, mit dir sind sieben. Oh, viel besser. Du willst also mitten in ein Kriegsgebiet mit ein paar Architekten und Künstlern und unseren Jungs dann sagen, was sie in die Luft jagen dürfen und was nicht? Ja, genau. Sind wir nicht ein bisschen alt dafür? Ja. Wir machen die Ausbildung und warten auf Befehle. Ausbildung? Grundausbildung. Hm. Oh, Mann. Zerstöre die Kultur eines Volkes und es ist, als hätte es nie existiert. Wir kriegen Besuch. Frank, wir müssen hier weg. Genau das will Hitler erreichen. Und deshalb dürfen wir das nicht zulassen. Wir dürfen ein paar Nazis erschießen. Ihr seid jetzt dafür verantwortlich. Ich hab noch nie auf jemanden geschossen. Der haut ab! Er wird es wirklich alles haben. Holen wir es besser zurück. Was ist los? Ich glaube, ich bin auf eine Landmine getreten. Warum machst du sowas? Was ist los? Unser Lieutenant hier ist wohl auf eine scharfe Landmine getreten. Warum machst du sowas? Ihr verbringt offensichtlich zu viel Zeit miteinander. Ich hab Ihre Anweisungen befolgt. Wenn etwas falsch ist, waren die Anweisungen falsch. Der Master hält dich als Arbeitskraft. Widerworte bringen dir hundert Schläge ein. Ich weiß, wie es ist, der Willkür des Masters ausgesetzt zu sein. Es wird der Tag kommen. Da wird Gott über ihn richten.